Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den britischen Premium Zerstörer auf Stufe 6, Chip Smasher am Start. Eins der neuen Warhammer Schiffe. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen, welche Module ich nutze, welche Verbrauchsmaterialien wir haben. Wir schauen uns die Werte an, vergleichen diese mit anderen Schiffen auf der Stufe. Zerstörer natürlich. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Es handelt sich hier übrigens um eine etwas abgeänderte Jervis bei diesem Schiff. Mit dem Unterschied, dass wir hier ein paar andere Verbrauchsmaterialien haben. Außerdem ist es bei diesem Schiff so, dass die Hop-Batterie und auch die Torpedos auf jeden Fall höheres Schadenspotenzial haben. Allerdings die Reichweite auf jeden Fall drastisch reduziert wurde. Also man könnte schon zu diesem Schiff sagen, dass wir hier so eine T-Rex Jervis haben. Auf jeden Fall relativ interessant, wenn dieses Schiff dicht drankommt, denn macht es gut Schaden. Die Tarnung ist natürlich wie jedes Mal bei den Zusammenarbeiten ziemlich Geschmackssache. Mein Geschmack trifft sie nicht wirklich. Aber wenn man diese natürlich gar nicht leiden mag, kann man sie natürlich in den Optionen wie ganz normal deaktivieren. Und wir schauen uns natürlich als erstes mal die Module an. Dort nutze ich im ersten Slot das Zielsystem Mod 1, um einfach die Streuung der Hop-Batterie zu verbessern. Was natürlich nie verkehrt ist. Im zweiten Slot nutze ich Antriebs Mod 2, um einfach schneller beschleunigen zu können. Das kann einen auf jeden Fall in einigen Situationen mal das Leben retten. Und zu guter Letzt nutzen wir noch Tarnsystem Mod 1, um einfach einen besseren Tarnwert zu erreichen. Und auch die Streuung des Beschusses vom Gegner zu erhöhen. Was natürlich eine super Sache ist. Dann kommen wir zu den Verbrauchsmaterialien. Dort haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites den Nebelerzeuger mit zwei Aufladungen, wo die Nebelwand 118 Sekunden hält. Das ist natürlich sehr, sehr lang von der Dauer her. Ist natürlich angenehm. Allerdings hat man nicht hier den Luxus wie von einer Jervis zum Beispiel, dass man halt viele kurze Nebelwände hat mit mehr Aufladungen. Sondern hier hat man halt wenig mit langer Aufladung. Das ist natürlich sicherlich situationsbedingt. Und zu guter Letzt haben wir noch die Reparaturmannschaft mit zwei Aufladungen. Pro Aufladungen, welche über 28 Sekunden je 71 Trefferpunkte wiederherstellen kann. Das wären knapp 2000 Trefferpunkte pro Aufladung. Auch hier der Vergleich zur Jervis. Wir haben hier bei diesem Schiff zwar eine Reparaturmannschaft, was natürlich mega, mega gut ist. Aber dieses Schiff hat halt kein Sonar, was natürlich in vielen Situationen ein großer Nachteil sein kann. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Zerstörern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 23 Punkte. Trefferpunkte sind 14.300, was etwas unterdurchschnittlich ist. Allerdings haben wir natürlich auch die Reparaturmannschaften. Wenn man diese natürlich voll nutzen kann, dann hat man auf jeden Fall überdurchschnittliche Trefferpunkte. Panzerung sind 6 bis 16 Millimeter. Schauen uns natürlich auch nochmal schnell die Panzerungsgruppen hier an. Aber für einen Zerstörer relativ normale Panzerung nichts Ungewöhnliches dabei. Bei der Artillerie haben wir 23 Punkte und bei der Hauptbatterie haben wir 3x2 120 Millimeter Geschütze mit einer Feuerreichweite von 8,4 Kilometern. Was auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr schlechte Reichweite ist auf jeden Fall. Aber die Ladezeit von 4 Sekunden, die ist auf jeden Fall besser wie der Durchschnitt. Damit kann man sehr gut arbeiten. Dauer für die 180 Grad Drehung sind 18 Sekunden, was mehr oder weniger genau im Durchschnitt liegt. Drenngranaten machen einen Höchstschaden von 1700 bei einer 9%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der AP-Granaten-Höchstschaden liegt bei 2100. Damit haben wir einen sehr starken HE-Schaden pro Minute. Damit kann man wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Außerdem ist dieses Schiff auf jeden Fall auch ein ausgezeichneter Feuerstarter. Also wirklich super starke HE-Munition und auch die APs auf jeden Fall überdurchschnittlich vom Schaden pro Minute. Kommen wir zu den Torpedos. Dort haben wir 2x5 533 Millimeter Torpedowerfer mit einer Ladezeit von 100 Sekunden. Was etwas langsamer ist wie der Durchschnitt. Dauer für die 180 Grad Drehung ganz normal 7,2 Sekunden. Der Höchstschaden liegt bei 15.867, was auf jeden Fall überdurchschnittlich ist. Torpedo-Erkennbarkeit zu sehen sind 1,3 Kilometer, was genau im Durchschnitt liegt. Torpedo-Reichweite sind 6 Kilometer, was auf jeden Fall unterdurchschnittlich ist. Also da ist es natürlich schon schwierig die Torpedos zu nutzen und die Torpedo-Geschwindigkeit sind 61 Knoten, was genau im Durchschnitt liegt. Damit haben wir auf jeden Fall einen etwas überdurchschnittlichen Torpedo-Schaden pro Minute. Außerdem haben wir natürlich auch wie bei den britischen Zerstörern typisch die Einzel-Torpedos, die in manchen Situationen sehr, sehr nützlich sein können. Bei der Flugabwehr haben wir 13 Punkte und dort haben wir 4x1 20 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 14 und einer Reichweite von 14 und einer Reichweite von 14 und einer Reichweite von 14. 2 Kilometern und dann noch ein 1x4 40 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 13 und einer Reichweite von 2,5 Kilometern. Damit haben wir auf jeden Fall eine unterdurchschnittliche Flugabwehr, sowohl vom Schaden auch die Reichweite ist wirklich nicht so gut. Also damit möchte man auf jeden Fall Flugzeugträger meiden. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 92 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 38,5 Knoten, was auf jeden Fall überdurchschnittlich ist für die Stufe. Wendekreisradius sind 590 Meter, was auf jeden Fall auch besser ist wie der Durchschnitt. Ruderstellzeit sind 3,5 Sekunden, auch hier leicht besser wie der Durchschnitt. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 90 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 6,9 Kilometer, was leicht besser ist wie der Durchschnitt. Erkennbarkeit zu Luft sind 3,5 Kilometer, was genau im Durchschnitt liegt. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 2,5 Kilometer, was auch leicht besser ist wie der Durchschnitt. Und dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Filiweyen mit der Basisfähigkeit Beiläufiges Ausweichen. Erhöht die Streuung eingehender Granaten, was natürlich angenehm ist. Ehrlich gesagt war ich wirklich lange am rumüberlegen, welchen Kapitän ich nutze. Zur Debatte stand auf jeden Fall auch noch der Reginald Tirwiff. Weil dieser hat natürlich die Möglichkeit mit einem Skill in der dritten Reihe die Torpedoreichweite etwas zu erhöhen. Weil 6 Kilometer ist natürlich schon sehr, sehr wenig. Aber dort wäre ich wahrscheinlich auch nur so auf 7 Kilometer gekommen, was natürlich dann schon einen Unterschied machen kann. Aber dennoch habe ich mich jetzt doch hier für diesen Kapitän entschieden. Und dort haben wir einmal geskillt. Kontakt steht unmittelbar bevor. Erhöht die Geschwindigkeit der Torpedos. Was natürlich eine geile Sache ist. Wir haben natürlich nur 6 Kilometer Torpedos. Aber wenn die Torpedogeschwindigkeit natürlich schneller ist, dann kann es manchmal auch von der Reichweite besser reichen. Weil sie natürlich schneller beim Ziel angekommen sind. Allgemein, wenn das Schiff natürlich auf einen zufährt, ist es immer noch sehr, sehr gut. In der zweiten Reihe nutze ich Prüfner Blick. Verbessert die Tarnung des Schiffes. Was natürlich auch immer eine super geile Sache ist als Zerstörer. In der dritten Reihe nutze ich einmal aufmerksam. Erhöht die Sichtbarkeit gegnerischer Torpedos. Was auf jeden Fall nett ist, da wir bei diesem Schiff ja keinen Sonar haben. Reduziert den Schaden an ihrem Zerstörer. Und zeigt die Richtung zum nächsten gegnerischen Schiff an. Was natürlich sehr, sehr nützlich ist. Es ist auf jeden Fall immer gut zu wissen, wo der nächste Gegner ist. Gerade wenn man diesen entweder jagen möchte oder halt dort lieber abhauen möchte. Ist es auf jeden Fall immer eine sehr, sehr wichtige Information. Dieser Skill ist auch einer der Hauptgründe, warum ich mich gegen den Reginald entschieden habe. Weil dieser Skill ja in der gleichen Reihe wäre, wie der Torpedo-Reichweiten-Skill. Und ja, Wissen ist Macht. Und irgendwie werden wir schon klarkommen. Auf jeden Fall mit der relativ schlechten Torpedo-Reichweite. In der vierten Reihe haben wir einmal Nebel über dem Wasser. Erhöht die Wirkungsdauer des Nebelerzeugers und die Dauer der Nebelwand. Was natürlich eine geile Sache ist. Weil wir haben ja schon eine relativ lange Nebelwand, die wir dort nochmal verbessern können. Aber wir haben hier auf jeden Fall auch eine sehr, sehr starke Alternative. Da würde ich schon fast sagen, es ist auf jeden Fall 50-50 zwischen den beiden Skills. Und zwar das Ausweichmanöver. Erhöht die Reichweite der Zerstörer-Hop-Batterie. Und die eingehende Granatenstreuung für jeden Schüsstyp. Aber auch die Ruderstellzeit. Hier können wir die sehr schlechte Haupt-Batterie-Reichweite auf jeden Fall etwas erhöhen. Außerdem ist auch die Streuung des Beschusses erhöht. Was natürlich eine geile Sache ist. Unsere Ruderstellzeit wird zwar ein bisschen schlechter. Was natürlich auch ein Nachteil sein kann. Aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr starker Skill. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall in dieser Runde mit Ausweichmanöver spielen. Und als legendären Skill nutzen wir unaufhaltsam. Motor-Reparatur-Zeit wird verringert. Bei beschädigtem Motor und oder Ruder bleibt ein Teil der Bewegungsfähigkeit erhalten. Das ist natürlich ein super Skill. Den nutzen wir auf jeden Fall. Man könnte auch alternativ die Zündelei nutzen. Um hier nochmal die Brandwahrscheinlichkeit nach oben zu drücken. Und man würde dann wahrscheinlich in der ersten Reihe schnelle Lösungen spielen. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Variante. Aber wir werden hier auf jeden Fall in der Runde auf jeden Fall mit Unaufhaltsam spielen. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Erich Bay und den Jersey Swirsky. Um dort einen sehr guten Tarnwert zu generieren. Alternativ könnte man auch den William Sims nutzen. Dieser hilft uns nochmal ein bisschen besser beim Überleben. Weil wir hier weitere Trefferpunkte dazu bekommen. Was natürlich eine geile Sache sein kann. Oder man könnte auch den Transformers Kapitän Decepticon Rumble nutzen. Um einfach nochmal die Reichweite der Zerstörer-Hop-Batterie zu erhöhen. Was natürlich auch eine sehr, sehr coole Sache ist. Um dort einfach etwas mehr Abstand vom Gegner zu haben. Wir bleiben aber bei dieser Skillung. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gameplay. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Gefahrenherd. Mit dabei der One-Bing-Only in der North Carolina. Und der Sir Nigel mit der Schorsch. Fünfer, sechser Gefecht haben wir hier auf jeden Fall erwischt. Zwei Zerstörer, drei Schlachtschiffe, vier Kreuze an der Runde. Hier nochmal die Tarnung ein bisschen angeschaut. Ist natürlich, ja, sehr, sehr Geschmackssache. Allgemein würde ich schon dieses Schiff relativ, ja, als eine T-Rex-Jervis betiteln. Kurze Reichweiten, sowohl der Hop- als auch der Torpedo-Bewaffnung hier. Also man muss auf jeden Fall schon immer sehr, sehr dicht dran. Leider kein Sonar. Sonar ist natürlich wahrscheinlich das, was mich am meisten stört, sozusagen. Dass dieses Schiff halt kein Sonar hat. Ich sag mal, die Reparatur-Mannschaften sind natürlich ganz nett. Aber das Sonar in vielen Fällen kann halt einfach viel mehr Schaden vermeiden. Weil man dort natürlich dann Torpedos früher sieht. Mehr Chancen hat auszuweichen. Dementsprechend, ja, schauen wir mal. Wir werden hier natürlich direkt ins B-Cap reinfahren. Und versuchen, dieses natürlich hier auch einzunehmen. Vorteil hier auf jeden Fall am Schiff, dass man doch relativ aggressiv nach vorne fahren kann. Weil man natürlich hier die Hop-Bewaffnung vorne hat. Und halt auch 360-Grad-Türme hat. Das heißt, man kann die Geschütze schnell von rechts nach links drehen. So, warten wir jetzt hier erstmal ab. Wir werden dort schon mal bei Gegner auf. Aktuell ist noch keiner im Cap drin. Kein Gegner. Gucken wir mal, ob wir das Cap direkt einnehmen können. Okay, da rechts ist auf jeden Fall schon mal was schnell Schießendes mit hohen Schussbogen. Sollte wahrscheinlich eine Helena oder sowas sein. Da haben wir noch die Leander. Also wahrscheinlich zwei, drei Kreuzer hier auf jeden Fall auf der Seite. Ei, muss er. Da hinten ist jetzt auch noch der weitere Kreuzer. Ja, Helena war es. Hat man direkt an den Granaten gesehen, wie langsam die geflogen sind und wie viele Granaten das waren. So, aber nichtsdestotrotz, wir haben hier auf jeden Fall das B-Cap eingenommen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Einer der feindlichen Zerstörer ist auf der anderen Seite. Können leider nicht sehen, welcher das von beiden ist. Aber, so weit, so gut. Und deswegen versuchen wir jetzt hier mal ein bisschen dichter ranzufahren. Die Leander nebelt dort. Dort versuchen wir jetzt auf jeden Fall dichter ranzukommen, um unsere Torpedos rauszuwerfen. Dort haben wir die Jervis entdeckt. Bei Jervis müssen wir natürlich aufpassen. Das ist jetzt auch ein sehr passender Kampf hier, weil dieses Schiff basiert ja auf die Jervis und ist halt sehr, sehr ähnlich. Hat natürlich das Sonar hier. Das ist natürlich schon ein Vorteil. So, wir fahren aber jetzt hier vor. Versuchen die Insel als Deckung zu nutzen. Und werfen unsere Torpedos in den Nebel. Die Leander müsste dort noch stehen. Von daher haben wir dort vielleicht gute Chancen, die zu erwischen. Ah, Leander wird hier leider aufgeklärt. Das ist natürlich nicht so gut. Und ja, jetzt haben wir hier natürlich das Szenario, dass wir von der Jervis mit dem Sonar aufgemacht werden. Wir haben natürlich das Glück, dass die Jervis jetzt hier auch gespottet ist. Dementsprechend macht das hier keinen großen Unterschied. Aber hätte er jetzt seine Nebelwand ein bisschen aufgespart und jetzt später genebelt, dann hätte er quasi uns mit dem Sonar aufmachen können, runterschießen können. Und dann wäre es kritisch gewesen, konnten hier auf jeden Fall den Torpedos ausweichen. Im 1 gegen 1 Kampf im Direkten ist natürlich dieses Schiff gegenüber der Jervis klar im Vorteil, weil wir einfach die bessere Hauptbewaffnung haben. Wir haben noch eine Heilung, können wieder Trefferpunkte wiederherstellen. Deswegen haben wir jetzt hier auch nicht ultra viel Leben verloren. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Wir haben hier drei bis vier Gegner auf jeden Fall dicht vor uns. Ender schießt hier auch auf uns. Fahren hier auch auf jeden Fall mal dicht Richtung Insel. Damit wir eventuell auch unsere Torpedos gleich gegen die Scharenhorst nutzen können, falls sie dann gleich einsatzbereit sind. Könnte knapp werden. Oh, okay. Scharenhorst ist zum Glück gegen die Insel gefahren. Er weiß natürlich auch, dass wir hier sind. Er weiß allerdings nicht, dass wir die Torpedos noch nicht einsatzbereit haben. Trotzdem haben wir jetzt hier vier Schiffe, vier feindliche Schiffe innerhalb von vier Kilometern vor uns. Ich hoffe, dass unser Team auf der anderen Seite auf jeden Fall es gut löst. Wobei es auf der anderen Seite auch ein Vier gegen Vier Kampf ist. Sehr schön. Die Leander schon mal draußen. Kommen wir da rüber. Für die Miyoko. Einmal kamen wir auf jeden Fall rüber. Komm mal hin. Wir könnten natürlich jetzt hier riskieren. Ein schöner Schuss hier vom One Ping. Damit ist die Miyoko hinten auf jeden Fall schon mal entfernt hier. Und die Helena, die ist natürlich jetzt hier auch in einer schlechten Position. Versuchen wir jetzt hier vielleicht auch mal ein bisschen über die Insel rüber zu schießen. Den einen oder anderen Brand hier zu machen eventuell. Die ist aber hier auch leider auf uns. 700. Ist aber noch in Ordnung. Leider hat keiner von den Schiffen hier ein Flugzeug draußen. Wir sind hier noch aufgeklärt von der Scharenhorst. Weil wir natürlich innerhalb von den drei Kilometern sind. Dementsprechend nebeln würde uns natürlich auch nichts bringen. Weil wir hier durch die garantierte drei Kilometer durch das Zielerfassungsmod offen sind von der Scharenhorst. Versuchen jetzt hier einfach nach hinten ein bisschen wegzufahren, um zuzugehen. Wir sind jetzt drei Kilometer entfernt. Dadurch gehen wir zu. Müssen natürlich hier einen kleinen Bogen machen. Ja, kommen wir da rüber. Okay, gar nicht notwendig. Damit ist auf jeden Fall die Scharenhorst draußen. Aber unser Team wurde komplett vernichtet auf der C-Seite. Wir hatten vier Schiffe bei der C-Seite. Ein Vier-Gegen-Vier-Kampf war es bei C. Und das Gegnerteam hat dort alle von unseren vier Schiffen rausgenommen bei C. Und nicht einen Kill gemacht. Ich hoffe wenigstens, dass die Schiffe dort schon sehr gut angeschlagen sind. Die Helena ist auf jeden Fall auf der Flucht. Dadurch, dass unser Team aber wenigstens zeitweise das C-Cap eingenommen hatte, haben wir wenigstens generell hier einen Punkte Vorsprung. Das heißt, das Gegnerteam muss auf jeden Fall was machen. Helena, weiß ich nicht, wird hier wahrscheinlich wegfahren. Das kriegen wir hier auch nochmal für unser Team. Weil jetzt unsere Funk-Ortung minimal dreht. Dichtestes Ziel ist natürlich jetzt hier vor uns. Das wird der feindliche Zerstörer sein, die KID. Ich hoffe, dass die KID hier auf jeden Fall schon angeschlagen ist, weil im 1 gegen 1 werden wir gegen eine KID auf jeden Fall keine großen Chancen haben. So, da haben wir schon mal die Hood, die leider noch relativ voll ist. Ich hoffe, die anderen Gegner sind dort ein bisschen mehr angeschlagen, was die Trefferpunkte angeht. Hier haben wir die Atlanta. Okay, die Atlanta hat nicht mehr ganz so viel. Das ist gut. Wir hauen jetzt hier vielleicht einfach mal unsere Torpedos Richtung Funk-Ortung raus. Ich vermute mal, dass die KID dort auf jeden Fall versucht zu pushen, weil das muss ja das Gegnerteam. Wir sind halt über 100 Punkte vorne. Also King George hat wenigstens noch gut Leben, aber es könnte auf jeden Fall eine knappe Runde werden. Wir müssen aufpassen, wegen dem Radar von der Atlanta. 8,5 Kilometer versuchen, diesen Abstand hier auch zu halten. Die KID hat sich hier auf jeden Fall noch nicht zeigen lassen. Das ist aber auf jeden Fall nicht so weit entfernt. Die KID ist auf jeden Fall dichter dran wie die Atlanta. So, ich hoffe, unsere King George kann dort die Atlanta vielleicht rausnehmen. Ein guter Treffer dort. Ein paar tausend Schaden sollte reichen. Und da haben wir die KID entdeckt. Kommt jetzt hier rum. Hat zum Glück nicht mehr ganz so viel Leben. Nebeln hier mal direkt. Nutzen auch direkt mal unsere Reparatur-Mannschaft, weil wir natürlich hier schon ein paar eingehende Granaten erwarten. Fahren jetzt hier vielleicht nochmal aus dem Nebel raus, dass wir die KID hier aufklären. Nicht gut gezielt hier auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall nochmal ein netter Treffer. Oh, da kommen KID-Torpedos. Konnten wir gerade so ausweichen. Haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. Das ist auf jeden Fall der Nachteil vom nicht vorhandenen Sonar hier auf jeden Fall. Mit einer Jervis hätten wir hier mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Sonar aktiv gehabt und hätten die Torpedos natürlich viel früher gesehen und hätten dort auch viel früher schon ausweichen können. Ist zwar nochmal gut gegangen, aber das wird auf jeden Fall nicht in jeder Runde so sein. So, konnten wir uns jetzt hier auf jeden Fall wieder in unsere Nebelwand zurückziehen. KID ist eliminiert. Jetzt können wir natürlich nochmal hier die Brandqualitäten ein bisschen testen. Ist natürlich ein guter Feuerstarter dieses Schiff. Keine Frage. Oder ein sehr guter, muss man dazu schon sagen. Da kriegen wir auch schon den Brand gegen die Hood hier auf jeden Fall. Dreht jetzt hier rein. Ich denke mal, noch einen weiteren Brand hier gegen die Hood. Und die Isma hat auch noch gut Leben. Nachdem aber jetzt die Atlanta und KID draußen sind, sollte es dennoch hier eigentlich ein Sieg werden. Also ich sehe es auf jeden Fall nicht, wie wir die Runde hier wegwerfen. Gibt eigentlich kein Schiff mehr, was uns wirklich aufklären kann. Und die Torpedos sehen auch sehr, sehr gut aus für die Hood. Hat hier leider nicht mehr viele Trefferpunkte. Dort würden wir wahrscheinlich zwei, drei Torpedos treffen. Einer wird dort wahrscheinlich schon für den Kill ausreichen. Einer reicht. Gehen jetzt hier natürlich nochmal auf die Ismael. Versuchen jetzt hier auch Brände zu machen. Unsere Nebelwand ist fast zu Ende. Da kriegen wir auch den Brand. Und hier einfach mal nochmal die Torpedos raus, falls er dort am Wrack vielleicht hängen bleibt. Und dann das Wrack bis dahin untergegangen ist. Aber ich glaube, er schafft die Kurve. Noch einen weiteren Brand. Also ist auf jeden Fall ein super, super geiler Feuerstarter. Und wenn man natürlich eine gute Position hat und es schafft wirklich viele permanente Brände zu machen, dann kann natürlich die Hop-Batterie sehr viel Spaß machen. Torpedos haben natürlich auch Potenzial. Haben zwar nicht viel Reichweite, aber wenn man trifft, dann macht man auf jeden Fall auch gut Schaden. Ja, die Hellen ist immer noch am Abhauen. Diesmal brennt jetzt hier noch von uns doppelt und wird jetzt hier auch noch rausgenommen vom One-Ping. Und die Runde ist natürlich jetzt gewonnen auf jeden Fall. Unser anderer Kreuzer nimmt jetzt hier sogar noch das D-Cap ein. Sehr schön. Wir machen uns noch auf den Weg zum C-Cap. Aber wir werden es auf jeden Fall nicht mehr einnehmen können, das C-Cap, weil entweder wird die Hellen quasi vorher sterben oder die 1000 Punkte sind erreicht, weil das schaffen wir zeitlich nicht mehr. War jetzt hier nicht unbedingt eine überragende Runde, aber ich denke mal, man hat hier auf jeden Fall sehr, sehr gut gesehen, was gerade jetzt hier auch vielleicht der Nachteil ist von diesem Schiff im Kampf gegen der Jervis. Die Jervis hat es natürlich nicht super gespielt, muss man dazu sagen. Hätte er dort seinen Nebel und seinen Sonar ein bisschen schlauer eingesetzt, hätten wir dort auf jeden Fall massive Probleme gehabt. Und auch später gegen die Kid haben wir so gerade den Torpedo ausweichen können. Wäre dann jetzt bei einer von den beiden Situationen sozusagen das nicht ganz so gut für uns gelaufen, dann hätte man dort auch schnell draußen sein können. Und die Runde ist gewonnen. 71.000 Schaden wurden es am Ende. Ist natürlich nicht so wirklich viel, aber man muss auch dazu sagen, wir haben auch nur ein Torpedo getroffen oder ein Torpedo hat nur in der Runde Schaden gemacht. Das waren auch, glaube ich, unter 10.000. Das heißt, wir haben hier mit den 150 Hop-Batterie-Treffern doch schon gut Schaden gemacht. Auf jeden Fall für einen Zerstörer. Ein Torpedo-Treffer, wie gesagt, fünf Ausfälle, drei Schiffe zerstört, sechs Brände, ein Wassereinbruch, ein Solo-Cap, acht Schiffe aufgeklärt und dann gab es das erste Blut gegen die Jervis. Schauen uns das Team-Ergebnis an. Hier auf jeden Fall super starke Divisionsleistung. Auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall acht von acht Kills gemacht. Die Helena ist ja auf jeden Fall am Ende noch davon gekommen und die Belfast auf jeden Fall auch super gespielt. Noch das Cap geholt. Sehr, sehr schön. Und dann Gegner-Team auf jeden Fall Atlanta. Dort eine starke Runde. Schauen uns noch den Wirtschaftszweig an. Dann hat sich hier auf jeden Fall gelohnt. 514.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber der Jervis, muss man sagen, weil wir natürlich hier ein Premium-Schiff haben. Das verdient natürlich einfach mehr Kreditpunkte, auch wenn wir hier den seltenen Booster genutzt haben für die Kreditpunkte. Hat sich das gelohnt und es gab noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll es auch mit der Schiffsvorstellung vom Schippsmasher hier gewesen sein. Auf jeden Fall ein ganz lustiges Schiff, wie ich eigentlich gerne jetzt hier wirklich sage, T-Rex Jervis ist es halt mit kurzer Reichweite, aber haut den natürlich kräftig zu, wenn man rankommt. Und ist natürlich sehr, sehr situationsbedingter Schiff. Man wird auf jeden Fall viele Runden haben, wie jetzt vielleicht auch diese Runde, wo man sich sagt, okay, mit einer Jervis, mit einem Sonar, hätte ich dort vielleicht doch besser abgeschnitten. Von daher werde ich wahrscheinlich auch dieses Schiff nicht wirklich sehr häufig spielen. Man kann auf jeden Fall dort sehr, sehr gute Runden haben, gerade weil das Schiff natürlich sehr, sehr gut in Feuer starten ist und man kann dort auf jeden Fall auch wirklich relativ leicht, wahrscheinlich die 100.000 plus machen, wenn man dort ein gutes Ziel findet. Das sollte auf jeden Fall ein Problem sein. Nur mit der Hopp-Batterie, natürlich mit den Torpedos noch oben drauf, sind auf jeden Fall gute Runden drin. Aber ich bin nicht der größte Fan von diesem Schiff, bin nicht wirklich überzeugt. Ich persönlich mag die Jervis da ein wenig lieber. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo bei Spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.